Alfred Peter Abel war ein deutscher Schauspieler, der in über 100 Stummfilmen und 38 Tonfilmen mitwirkte. Abel gilt als einer der prägnantesten Stars des deutschen Stummfilmes, der es durch Psychologisierung verstand die innere Spannung seines Charakters zu gestalten, leben und wirken. Abel war der Sohn des Handlungsreisenden Louis Abel und seiner Frau Anna Maria Selma. Er absolvierte nach einer Forstlehre und einer abgebrochenen Lehre als Gärtner eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete unter anderem als Gelegenheitsschauspieler in Midweida. Nach einem Studium des Kunstzeichnens an der Leipziger Kunstakademie folgte privater Schauspielunterricht. Seine erste Anstellung an einem Theater fand er in Luzern, gefolgt von weiteren Stationen an kleineren Bühnen. Bis er 1904 auf Empfehlung von Rudolf Christians an das Deutsche Theater Berlin kam, wo er unter Max Reinhardt spielte. In dessen Film Eine venezianische Nacht gab er sein Filmdebüt. Er spielte in über 100 auch beim Publikum erfolgreichen Filmen unter der Regie von Max Mack, Richard Oswald, Ernst Lubitsch und Fern Andra. Anders als bei vielen seiner Filmschauspielkollegen zeichnete sich Abels Darstellung durch eine betont zurückhaltende Gestik aus. Beispielhaft hierfür sind seine Hauptrollen in Friedrich Wilhelm Murnaus' Phantom und in Fritz Langs' Metropolis, wo er den hochmütigen Beherrscher J.O.H. Fred Ersen spielte seine wohl bekannteste Filmrolle. Abel drehte auch mehrfach in Frankreich sowie 1930 mit Alfred Hitchcock den Film Mary. Im Tonfilm galt Abel lange als Schauspieler für elegante Rollen. Er wurde mit wenigen Ausnahmen dementsprechend besetzt. Abel führte bei vier Filmen selbst Regie. Einmal versuchte er sich auch als Produzent, doch sein Film Der Streik der Diebe wurde ein Misserfolg. Abel war verheiratet mit Elisabeth Seidel und hatte eine Tochter Ursula, die ebenfalls Schauspielerin wurde und 1935 Auftrittsverbot erhielt, da sie keinen Arjenachweis für ihren Vater erbringen konnte. Abel wurde auf dem Friedhof Herrstraße in Berlin beigesetzt, doch ist seine Grabstätte inzwischen aufgelöst worden. Er war Träger des Ordens für Kunst und Wissenschaft von Mecklenburg-Strelitz. Filmografie 1913 Eine venezianische Nacht 1914 Die Geschichte der stillen Mühle 1914 Lache Bajon Zoo 1915 Das Laster 1915 51 StGB 1916 Das Spiel ist aus 1916 Peter Lump 1916 Ernst ist das Leben 1916 Das Geständnis der grünen Maske 1916 Wenn Menschen reif zur Liebe werden 1917 Der Seele seiten schwingen nicht 1917 Ein Blatt im Sturm 1918 Es werde Licht Vier Teil Sündige Mütter 1918 Drohende Wolken am Firmament 1918 Kolomba 1918 Lola Montes 1918 Tanzendes Gift 1918 Die Dame der Teufel und die Probier Mamsel 1918 Lukas Kapitel 15 1919 Rausch 1919 Eine junge Dame aus guter Familie 1919 Kameraden 1919 Die Geächteten 1920 Die Frau ohne Seele 1920 Der Schwarze Graf 1920 Die Frau im Himmel 1920 Der Ruf aus dem Jenseits 1920 Wenn der junge Kaktus blüht 1920 Mord Die Tragödie des Hauses Garrick 1920 Fakir der Liebe 1920 Die Prärie die war 1921 Der Streik der Diebe 1921 Irrende Seelen 1921 Die große und die kleine Welt 1921 Das Opfer der Ellen Lassen 1921 Mann über Bord 1921 Der Schrecken der Roten Mühle 1921 Grausige Nächte 1921 Das Geheimnis von Bombay 1921 Sapfo 1921 Die Geschichte des Grauen Hauses 1921 Die im Schatten gehen 1921 Lotte Lore 1921 Die Intrigen der Madame de la Pommer 1922 Die Jagd nach der Frau 1922 Doktor Mabuse Der Spieler 1922 Menschenopfer 1922 Zwischentag und Traum 1922 Der Brennende Acker 1922 Phantom 1922 Bigami 1922 Der Falsche Dimitri 1922 Scheine des Todes 1922 Die Flamme 1923 Die Prinzessin Suvarin 1923 Arme Sünderin 1923 Buddenbrooks 1923 Das Spiel der Liebe 1923 Im Rausch der Leidenschaft 1923 Das Laster des Spiels 1923 Du du ein Menschenschicksal 1924 Die Finanzen des Großherzogs 1924 Das Spiel mit dem Schicksal Die Frau in Versuchung 1924 Mensch gegen Mensch 1924 Die Frau im Feuer 1925 Die Feuertänzerin 1925 Der Herr Generaldirektor 1925 Der Bahnkrach unter den Linden 1925 Der Gardeoffizier 1926 Tragödie einer Ehe 1926 Menschen untereinander 1926 Eine Duberry von heute 1926 Die Lachende Grille 1927 Die Tragödie eines Verlorenen 1927 Metropolis 1927 Laster der Menschheit 1927 Ein Tag der Rosen im August Da hat die Garde fortgemusst 1927 Das Tanzende Wien 1927 Das Geheimnis von Genf 1927 Jahrmarkt des Lebens 1928 Wer das Scheiden hat erfunden 1928 Eine Nacht in Yoshiware 1928 Heute spielt der Strauß 1928 Prinzessin Ullala 1928 Rasputins Liebesabenteuer 1928 Ariane im Hoppegarten 1928 Mein Herz ist eine Jazzband 1928 Das Geld 1929 Autor D.L. Agent 1929 Chaliot Stroh 1929 Narkose 1929 Giftgas 1929 Ehe in Not 1929 Sei gegrüßt du mein schönes Zorrent 1930 Dolly macht Karriere 1930 1914 Die letzten Tage vor dem Weltbrand 1930 Das Schicksal der Renate Langen 1930 Mary 1931 Das Ekel 1931 Meine Frau die Hochstaplerin 1931 Der Herzog von Reichstadt 1931 Der Kongress tanzt 1931 Der Herrbürovorsteher 1931 Die Koffer des Herrn O.F. 1932 Johnny stiehlt Europa 1932 Das Schöne Abenteuer 1932 Das Mädel vom Montparnasse 1932 Spione im Savoy Hotel 1932 Der Weiße Dämon 1932 Kampf 1933 1933 Salon d'Ora Grin 1933 Manulescu Der Fürst der Diebe 1933 1933 Brennendes Geheimnis 1933 Die Kleine Schwindlerin 1933 Wege zur guten Ehe 1933 Glückliche Reise 1934 Die Liebe siegt 1934 Eine 17-Jährige 1935 Alles um eine Frau 1935 Viktoria 1936 Katerlampe 1936 Ein seltsamer Gast 1936 Maria die Markt 1936 Spiel an Bord 1936 Das Hofkonzert 1936 Skandal um die Fledermaus 1937 Und du mein Schatz fährst mit 1937 Millionen Erbschaft 1937 Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 1937 Sieben Ohrfeigen 1937 Millionäre Ich möchte so gern mit dir allein sein 1938 Frau Silvelin